Mein Name ist Kurt-Jörg Ziesinger und ich bin ein Dosimirror-Coach. Dosimirror ist eine App, mit der man seine Belastung und sein Befinden jeden Tag selbst beobachten kann. Hatte ich heute Zeitdruck? Wie war der Chef? Wie waren die Kunden? Habe ich mich amtsgut erholen können? Und wie habe ich mich dabei gefühlt? War ich zufrieden oder hatte ich Stress oder war ich vielleicht sogar erschöpft? Das alles dient zur Selbstreflexion und dauert nicht länger als eine Minute pro Tag. Schon nach zwei Wochen kann Dosimirror ausrechnen, was dem Teilnehmer Stress bereitet und was ihn vielleicht zufrieden macht. Und sie kann auch ausrechnen, wozu Konflikte und Ärger im Job gesundheitlich führen können und was vielleicht sogar krank macht. Das rechnet sie für jeden Einzelnen aus, weil das ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich. Was den einen motiviert, kann den anderen schon krank machen. Der Teilnehmer kann seine Ergebnisse mit einem Coach wie mir besprechen. Gemeinsam wird dann eine Strategie zum besseren Umgang mit den täglichen Belastungen entwickelt. 2 2